jo hallo liebe youtube-gemeinde ich bin heute okay und ich heiße ich recht herzlich willkommen zurück zu seven days to die auf der ps4 so folgendes die wand ist wieder fertig okay die wand habe ich wieder aufgestellt nur oben ist noch die gitter die mache ich noch und hier was datenträger stark belastet anspruch google chrome ok mein pc gibt mir gerade irgendeine warnung ich hoffe es hat keinen einfluss oder keinen ding aber keinen dinge ja voll auf das video denn ab und zu spinnt ja richtig grob ok ja hier fehlt noch ein teil der wand den mache ich jetzt noch dafür brauche ich gras in einem gras ich habe genug noch in der base das ist nicht das ding und da werde ich da oben noch die gitter dran klatschen dann bräuchte ich auch noch denke ich stacheldraht zahn genau das brauche ich auch noch das kommt dann wieder an die wand eine grube mache ich nicht diesmal sehe ich keinen sinn darin wenn ich ehrlich bin pflastersteine habe ich ja noch genug ich brauche nur diese rahmen hier 34 reicht vollkommen denke ich dann haben wir hier dann sind wir hier fertig oder ja ein teil meines meines gemüse beets meines maß kolben felddingens da fehlt leider gottes das ding muss ich noch weg kloppen also ich habe hier noch wieder einiges zu tun ich muss da unten den keller die wand hier nur die kleine wand ist ein stückchen das muss ich noch machen ich glaube ich auch weg also ein bisschen was haben wir schon noch vor ich habe doch da mache ich jetzt noch ein video von dem denn ich denke ich habe ja dieses haus hier aufgebaut ohne video und darum machen wir jetzt ein video wo wir es reparieren ist das nicht der plan ist doch ein guter plan oder ja natürlich auch noch gitter die sind jetzt auch weg obwohl ich die nie genutzt habe wenn ich ehrlich bin also kann ich mir da zeit lassen wenn man das widersteht dann kommen die zombies sowieso nicht dran zu mir in die base haben die sowieso nie geschafft also ich hoffe nur die pflastersteine gegen die habe ich genug davon sollte aber schon sagen ich habe keine mehr so fertig alles wieder wie beim alten das freut mich das finde ich gut oder lass mich kurz gucken wir konnten das kaputt gehen da sicher ich drauf gar nicht hält aber jetzt wird alles gut aber das ist auch kaputt wie geht das ok gut dann habe ich hier 24 gitter ich denke das reicht vollkommen aus mehr brauche ich nicht noch kurz aufpassen hier ok 24 ich hoffe die 24 reichen weil es ist ist ja doppelding nein falsch warte 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 so so 24 gehen sich nie aus muss ich noch mehr machen aber ich verstehe das nicht warum warum sie das machen recht ist es regt mich immer noch ein bisschen auf ich habe denke wenn es anderen passiert ist die haben vielleicht mehr weg ich hoffe es halt nicht für euch na weil es wäre ich kacke ich habe doch eh ein bisschen glück noch kappt weil wenn die ganze band weg wäre oder das ganze gebäude an sich weil ich habe jetzt schon mehr als wie in der ersten basis an vorräten denke ich hast du wenn da jetzt alles weg wäre ich würde so ranzen wie ein kleines mädchen ich glaube ich würde nie wieder das heim ist du da zocken darauf hätte ich kein bock also wurscht während er das macht haben wir kurz in den keller runter mal schauen was ich da so tun kann und tun muss oben habe ich nicht geguckt oder was passiert ist oben ist alles gut man kann ich weiß nicht was das sein soll okay da war ich ziemlich kreativ sollte meine badewanne oder so ich weiß nicht irgendwas wird schon sein ich weiß noch immer nicht wann harten macht ist und hier muss ich kurz eins weg kloppen ich brauche holz rahmen ich brauche holz rahmen hier obwohl warte mal moment bevor ich welche mach lass mich schauen ob ich welche hab ich sehe jetzt keine oder was haben wir hier ne ok gut anscheinend nicht dann machen wir welche ich weiß nicht wie viel ich brauche mehr brauche ich bestimmt nicht ok das war blöd schasse wieso ich das aufgewertet ich hält 22 erreichen jetzt vollkommen oder soll ich als erstes die gitter fertig machen oder keller gibt da oder so werde ich gar nicht braucht ah fuck schon wieder falsch und schon wieder schon wieder ich drücke einfach immer einmal zu viel so 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 und wir haben es geschafft es ist wieder fertig perfekt ja keine ahnung dass da oben ist wurscht sonst sollte eigentlich alles passen graben mache ich bestimmt kann mir das zunahender base das ist nie gut weiter weg ok würde ich verstehen aber das mache ich jetzt nicht weil aus meiner ausgang da brauche ich kein graben ich müsste nur irgendwie die tür ähm verstärken vielleicht noch eine zweite tür rein machen kann ich da runterspringen ohne probleme ja vielleicht pass auf lass gucken ich hab doch noch 50 reicht vollkommen oder aber so und jetzt da hier so zack 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 perfekt jetzt habe ich gerne mit betonmischung spricht das heißt ich habe noch ich habe noch genug gitter ok hier noch ein paar kita dran so damit ich das auch schön verteidigen kann wenn es an muss ich hoffe das stürzt nicht an dann perfekt ja gut warte mal habe ich nicht so jetzt brauche ich noch betonmischung also eine doppelte tür das ist nie verkehrt falls sich die eine durchbrechen sollten ich weiß ja nicht weil die tür hält ja glaube ich nicht so viel aus wie die wand habe ich auch noch genug 30 kriege ich damit hin oder 35 schaffe ich schon müsste ich ausgehen die tür müsste auch schon fertig sein gut na ich hält dass sie fallen so die muss aber auch so noch in anschauen natürlich ja damit ich schön schießen kann perfekt es ist es ist es ist gut ich finde das gut so jetzt müssen wir warten bis das getrocknet ist normal mache ich den keller wo sind die holzrahmen hier sind die holzrahmen ich brauche ich jetzt kurz ich brauche ich kurz nicht aber ich dafür so jetzt ist es ein bisschen kompliziert ich muss einmal draufhauen zack holzrahmen platzieren zack so 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 muss mal aufpassen dass das nicht anstürzt nämlich ne so kriege ich da schon daneben hin nein noch einmal so perfekt reparatur ist super so pass auf und das würde ich ehrlich gesagt gerne das muss auch einfach holz bleiben das muss optisch was her machen weißt du der keller die wohnung drin ist ja alles holz aber wenn der keller dann ne betonfläche hat oder ne eisenfläche also im block ist das blöd ist mir das zu blöd ich hoffe das stürzt jetzt nicht an das wäre echt kacke immer kurz was trinken ganz wichtig so super perfekt die haben wir schnell erledigt oder so der nächste tag ist angebrochen super okay scheiße das ist jetzt da obwohl moment 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 vielleicht kann ich das ein bisschen regeln mit lass mich kurz was trinken mit ich glaube ich brauche hier nur drei vielleicht kann man hier was teichseln ich wollte das nicht platzieren du hält genau so wollte ich das da wäre die fackel im weg ha ops okay schaut zwar ein bisschen komisch aus aber es ist in ordnung okay und schon wieder falsch gedrückt ich verwechsel immer auf platzieren und drehen wer noch mit jetzt sage ich wieder falsch so so das ist es ist in ordnung okay vollkommen in ordnung schauen wir kurz ob es draußen schon trocken ist weil keller ist jetzt wieder fertig ist noch nicht trocken wie blöd kacke okay wurscht was brauchen wir noch wir bräuchten was brauche ich noch ich muss mit dem moped hier gar nicht mehr reinkommen jetzt habe ich eben eine tür das heißt das könnten wir theoretisch schließen werde ich aber nicht tun denn oft bei einer hornnacht werde ich mich dahinter verstecken und ballern zack 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 ist so wenn ich nicht oben herum renne das heißt das ist gut okay ähm die wand runter rum steht wieder das ist super das möchte ich noch schnell aufwerten und sonst eigentlich ah genau ich weiß schon ich brauche ich brauche dinge na wie heißt es maschendrahtzaun stacheldrahtzaun so das kann ich wo kann ich das herstellen im inventar ich denke im inventar oder mit solchen asendinger mit denen hier stacheldraht ich weiß nicht wie viel wir brauchen nochmal 30 30 ist gut dann tue ich den Rest wieder rein perfekt so ich hoffe du bist jetzt schon ein bisschen trocken damit ich dich aufwerten kann ja ein Teil wird trocken gut schmoren Zombies wo sind die kleinen Pisser weg von meiner Base da du komm her au hast du weh dann hast du dir weh getan ich helfe dir raus komm gib mir deine Hand gib mir deine Hand gib mir warte kurz Armbrust besser lautlos und tödlich noch wer ja gut hier fuck daneben okay muss ich wieder mit denen schießen noch wer komm her da hinten kriecht noch einer oder ich seh ihn ja hab ich ihn erwischt irgendwo ist noch wer Prinzessin gehst du bitte weg von meiner Basis komm zu mir her grab dich da nicht durch das ist eh gefährlich hier wo ist dieser Kriecher der ist nicht hier ah da ist er da ist er ja schon so perfekt das müsste jetzt auch schon alles getrocknet sein naja fast ich hoffe ich hab genug Stahlbahn jetzt da wäre so scheiße wenn nicht Kruse Trial Trial The Kruse Trial Ischen Trocken Nein Nein Kann das sein dass das neu ist zum Warn wo ich dich brauche weißt du bist jetzt schon hier nicht nein oder Boden okay ich brauche Stahlbahn oh Gott das nur Stress wie viele kannst denn du machen eigentlich ich glaube ich brauche gar nicht so viele ah du kannst hier genug 10 ist eines wie viele fehlen denn noch 6 ungefähr oder so ungefähr jetzt ich hab jetzt nicht ich hab jetzt nicht gezählt pass auf was brauche ich nicht mehr anhängen das tun wir wieder zurück das hier damit ich diese Stahlbahn hier nehmen kann was noch was wollte ich noch machen ich hab's vergessen die Stacheldraht wollte ich platzieren mache ich aber erst wenn ich alles aufgewertet habe was ist hier mit bist du voll du könntest Sand herstellen 50 besser als gar nichts okay gut schauen wir dass wir ein bisschen Platz machen im Inventar was haben wir hier Erde Blumen die ist da Gott okay schauen wir dann später nach das mache ich für mich das mit dem Inventar so ist zu wenig der Wahl aber was soll man machen ich krieg mir nixens das hier hin zack zack geht sich eins noch aus nein eins zwei drei vier fünf sechs nein doch nicht fuck ich jetzt sieben sieben noch das heißt ich müsste noch ein bisschen was machen was haben wir hier okay so das sollte dann aber reichen oder das sind drei reicht vollkommen reicht vollkommen so das bist na du du und du ja genau Tag 194 ist heute Hordennacht nein warte mal die letzte Hordennacht war doch 89 oder 89 ein bisschen Zeit haben wir noch immer schön was trinken so nochmal nein das reicht doch noch nicht ich brauche noch so dann wird es reichen okay perfekt so warte ich kann euch ausmachen sonst kommen diese komischen quietsche Entchen diese schreier krascher funsen die brauchen nicht wirklich oder nach so eins zwei und drei und vier perfekt super wir haben es wieder geschafft die base steht wieder jetzt habe ich auch einen Vordereingang irgendwas hat es Positives gehabt weil sonst hätte ich mir den nie gemacht das Update hat doch was Positives gehabt okay so platzieren wir den Käse hier der Stand muss weg zack 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 ich denke eine Zweiherreihe ist vollkommen in Ordnung die Zombies sind ja nicht so groß warum platzierst du es nicht obwohl wenn ich noch welche übrig habe platziere ich die natürlich auch das ist schon klar oder ich habe die andere Seite vergessen ich hält gut ich bin super junge brauche ich mehr mache ich noch bestimmt irgendwann so jetzt aber nicht mehr das war es Leute das war es wieder mit 70s to Die heute die base ich brauche einen besseren Übersichtsding gib mir kurz mal das hier damit ich hier ein bisschen bauen kann damit ich das besser sehe wie das jetzt von oben aussieht die base 7 days to die ist doch cool oder gut Leute dann bedenke ich mich recht herzlich fürs Zusehen macht es gut haut rein und immer brav sein Tschüssi